Musik 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 độ Musik 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 Werden wir. Ja, Mann, nein. Ähm, ja, und ist da zwei Jungs auch dabei, wie ich gerade gemerkt habe. Nein. Und wir sind ja auf unserem Online-Server bei Minecraft. Und erst mal zeig in dem Baum. Der Baum. Ja. Hab ich mitten in der Wüste gepflanzt. Also, ihr dürft nicht vergessen, ja, ich, dieses Minecraft spiele ich jetzt, also auf dem Online-Server ganz neu. Also ich hab vorher noch nie Minecraft gespielt, außer ganz kurz den Ball auf dem Singleplayer, aber das war auch nur eine Woche. Früher hatte es gehasst. Ja, ich hab's gehasst. Da hab ich mich aber darauf eingelassen, jetzt suchte ich es, und ja, jetzt bin ich auf dem Online-Server. Aber so schnell kann's gehen. Und Strom an deinem Handy, falls du mich hörst. Dein Haus wird sterben. Wollen wir eigentlich, dass wir noch welchen Server wir gerade sind, oder ist das Top-Sequel? Ich weiß nicht, ob's Top-Sequel ist, wir lassen's lieber. Okay. Obwohl doch, falls unsere Abonnenten mit uns spielen wollen. Genau, wir sind auf dem Server AKNM-Craft, glaub ich, glaub so. Also glauben wir. Wenn nicht, schreibt uns nochmal an, wenn ihr da nichts findet. Also wenn ihr unbedingt mit uns spielen wollt, dann sagt Bescheid, ihr könnt auch unsere Nachbarn werden. Das hier ist mein Haus. Das ist Eidingshaus. Dieser komische Turm, einfach nicht beachten. Wegen Salvatore, oder? Star-Ton-Long und Strom-LP wollten, dass ich dir irgendwie ein Vital ist. Ne, ich wollte ihn nicht, aber Strom-LP braucht ihn, wegen, dass er nicht weiter sonst nicht auf dein Haus kommt. Stimmt. Ich würde ihn jetzt abwohnen. Ja, wir bauen jetzt zehn ab. Oh man, wir müssen denken, dass wir, na, wir werden es euch mehr machen. Genau. Wir werden vielleicht nachher noch die Konflikte erklären. Die wir hier noch haben. Abwohnen, abwohnen, abwohnen. Wird es hier fast so ein Let's Play? Wird es jetzt hier fast ein Let's Play, ja. Nein, ich will einfach kein Let's Play von Minecraft machen. Wer will das schon? Ja, viele Leute. Na, wer will es jetzt schon, wo es schon alle gemacht hat? Warte, ich stelle es mir auch wieder auf die Idee. Aber schön flüssig. Ja, klar, klar, Digger. Oh, geclaut. Scheiß Nachmacher. Ähm. Ich hätte es ja gar nicht gut sein genannt. Äh. Egal, muss dein Haus eh von innen zeigen. Und dann. Muss der sowieso in mein Haus einbrechen, also in meinen Keller. Hm. Denn ich habe die Tür bei mir gelockt. Äh, Heiding sitzt auch da. Ich. Konflikte mit Strom in der LP habe und er Hausverbot hat. Und ich finde es auch lustig, die Dinger zu verschließen. Und ich werde dieses Haus, wenn ich Strom an der LP zerstören. Also nicht zerstören, aber ich werde ihn mo- Oh, nee. Was? Nicht im Lüsten. Was? Ah, Grafikfuck. Scheiße. Mit einem England-Schock und diesem scheiß Grafikfuck. Wollen wir das Problem kurz lösen? Wir lesen das kurz, das Problem. Das gleich. Das sind wir wieder. Das sind wir wieder, da haben anscheinend gerade ganz viele Leute irgendwas geschickt. Ähm. Bitte, ich joint the game. Ja, das ist hier mein Haus von vorne. Ja, ein Tor. Sehr unsinnig. Ähm. Das hier ist mein Eisengudem. Der Eisengünte. Der Eisengünte, ich mobbt ihn immer. Ja. Hör auf dem. Und, ja, hier bitte nicht Eisengüter trollen. Genau. Hier habe ich nochmal Werbung für mich gemacht. Eisengünte will das aber nicht. Eisengünte packt sich rum. So, das gehen wir auch mal hier rein. In diese kleine, komische Hütte. Alle Türen da drin sind gelockt. Ja. Und da kein Mensch irgendwo hingeht. In dein Haus komme ich immer. Also, dann ist hier eine Küste mit ein paar Sachen. Hier ist er laufen. Oh, da ist noch ein bisschen Clean Stone. Brauchst du ja. Ja, ich brauche Clean Stone. Gib ich dir später. Danke. Ähm. Na, wie soll ich denn die jetzt geben? Ja, ich mag die geben. Ich meine, ich soll gar nicht viel. Ähm. Dann ist hier auch nochmal, ne? Übrigens, wir sind die einzigen, sie zahlen und untereinander tauschen. Zwei war, äh, oh. Strom, Mann, ey, Peter. Will immer wieder. Ähm, irgendwann eine Gegenleistung dafür haben. Ja, das war für dich gedacht. Strom, Mann, ey. Also, hier könntet ihr jetzt einen epischen Anblick betrachten, aber weil nur wenn es ins Tiny ist, da seht ihr nicht so viel. Ich kann auch wenigstens auf Short springen, da leckte es nicht, aber man sieht nur noch ein bisschen was. Naja. So, das ist ja wie der inzwischen. Super. So, das ist der eine Raum. Will keiner sehen. Ich sag' trotzdem alles. So, und hier haben wir auch eine Kiste mit. Ein Ofen. Eine Kiste. Wieso zeigst du jede Kiste? Hey, wo ist der Pfeiler hin? Was ist der Pfeiler? Der hat mir meinen Pfeiler hingebaut. Der hab ich abgebaut. Arschloch. Den würd ich wieder haben. Hier sah es. Zwei nass. So, dann geht's hier hoch. Hier ist ein Bild von diesen ersten Spiel mit Doc gekommen. Wo Donkey und so Drachen nicht runterschmeißen und dann war es Mario, glaub ich. Ich dachte, das wäre eine Geburtstagstorte. Keine Ahnung, ich find' das sieht so ein bisschen so lange aus. Wenn ich hier so Donkey komme, dann sind hier so diese... Ich dachte echt, das wäre eine Geburtstagstorte. Eine Geburtstagstorte? Ja. Egal. Aber wäre peinlich, wenn das doch eine ist. Deswegen mit dem Video im Spiel erstes hier. Ja, dann könnt ihr Mr.Darton-Jungs ausziehen. Sie sind aber noch nicht fertig, die Häuser. Natürlich. Na gut, Strom in der Pfeil ist wahrscheinlich schon. Äh. Äh. Oh Gott, ich mochte dich selbst im Letzt-Show. So, äh, wieder Ausblick. Hier ist meine Terrasse. Und da ist meine Bambus-Blontage. Ähm. Oh, der ist so ein schöner Ausblick auf mein Haus. Das ist nicht mehr. Oh. Der wäre auch vorher nicht schön. Das kann man nicht mit, weil du deine Terrasse falsch warst. So, Bambus-Blontage. Festlich. Ja, genau. Wenn ich mal gesehen muss, muss ich was abdrucken. Wir brauchen ganz viele Bücher. Ja. Das brauchen wir. So. Oh, ich hätte das nicht gedacht, aber ich würde das sogar auf Schaust. Aber es geht, es ist arträglich. Ja. Das wird eigentlich da oben aus unserer kleinen, aus unserem Trollsteg. Ähm, der bleibt das. Cool, dann haben wir ja weiterhin unseren Trollsteg. Ja, dann was in der Mitte hat ein kleines Trollsteg. Genau. Auf den Trollsteg können wir gleich mal rauf gehen. Ach ja, Sturman-LP hat jetzt auch seinen eigenen Gang. Was? Wieso? Über Gott. Oh mein Gott. Also das sind ja nichts. Oh Gott. Da ist wieder der Eisenbütter. Schade, kann ich ihn ja hier schon wieder gar nicht mehr mucken. Na, dann gehen wir jetzt hier rein. Die ganzen Dinge jetzt hier hoch. Mhm. Warte mal, wann fängt Sturman-LP mit LPs an? Noch nie. Ah, es wird dunkel. Ah, ich mach mal kurz was. Warte, schön. Hell, aber. Ja, weib nur das. Weiß. Ich schieb dann auch wieder durch. Ja, hier ist dieses Treu-Ding, die kann man nüßte, ich war schon so auf dem Glas stehen und dann dich ins Wasser schubsen. Oder auch nicht. Ins Wasser. Oder auch nicht. Ich werde dich still. No, nochmal aus, ich doch mein Haus. Ah, ich will es jetzt sehen. Guck mal. Ah, nein. Oh, seht mal da oben eine Warmhausplantage. Wie geräuscht sich die Leuchten verschlebt. Ich find's cool. Ich hab die extra mit den Neon festgesprungen. So, jetzt ist das dritte Obergeschoss. Da war ich auch schon drin. Vielleicht ist das... Da kannst du überfallen. Achso, du hast ihn mit Absicht nicht gelockt. Mhm. Harte mal. Ich hab ganz umsonst einen Block kaputt gemacht. Egal. Hast du einen Block kaputt gemacht? Ja. Ich bin so durchgegangen und hab ein Glas und einen Sandstone und hab mich wieder hingesetzt. Oh Mann. Da, links. Links. Genau da. Nein, da. Rechts. Die beiden. Oh Mann. Und dabei waren die Türen offen. Na ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr unsinniger Raum, aber... Es ist ein Raum. Genau, und das Haus wird dadurch größer. Und hier ist das Vierte Obergeschoss. Wir wollen ein riesiges Haus machen. Ich spreche jetzt noch gar nichts. Jetzt würde ich irgendwie gerne... Das Beste am anderen Server ist das Teleportieren. Ja. So. So, jetzt was tun kann. Jetzt können wir eigentlich die Zeit auszutun. Kurz in die Mine gehen. Und wieder hoch. Und... Ja, und eine unfertige Arena. Und meine unfertige Arena. Mir ist das so Troll-Arena. Die noch nicht fertig ist. Mir fehlt noch Wolle. Aber jetzt so... Rettet Schild. Schild? Da über. Ist das ein Schild? Ist das ein Schild? Weil die ist der die Troll. Hey. Cool. Aber? Und hier ist sie die Hellen-Sale-Arena. Ja, wir brauchen eben noch, wie man sieht, Wolle. Kommt auf den Server, gibt uns Wolle. Genau. Tut was für uns. Dann könnt ihr euch mitrollen. Ich bin scheiße und komme nicht durch die Tür. Oh, Mist. Oh ja. Oh, das ist schon wieder Tart. Oh, nee. Doch nicht. Dann würde ich noch schnell unsere Mine geben. Und deine Mine. Ja, genau. Meine Mine. So viel Side-Muster. Oh, du bist so dumm. Nee, das packt ja wieder irgendwie rum. Ich drück einmal rauf. Ja, ich kenn's ja, wann oder was ein Single-Player. So, jetzt geht's nach unten, nach unten, nach unten. Ja, bisher ist schon ein bisschen Side-Bewegendes. Aber ich hab's vorher angestellt. Mhm. Einen netten Angestellten und einen anfänglich sehr faulen Angestellten. Und wir haben alle unseren eigenen Eingang. Das ist der Eingang vom Satinion. Ihr seht, ich komme da jetzt nicht rein. Das ist mein Eingang. Da komme ich rein. Und das ist der von Sturm-Eingang. Wie nett. Ähm. Ich muss dir Zeit. Hm. Ähm, ja, wir haben hier alle unsere eigenen Gänge. Da sieht man hier von Sturm-NLP, von mir, von Sturm-NLP, von Mr. Dattelion, von Mr. Dattelion. Und wir haben alle die, die fertig sind, wofür wir zum Beispiel keinen Bock mehr haben und auf Lauri drauf sind, wieder mit Zräumen zugebracht. Und hier gibt's so unseren Müll-Eimer. Epic Müll-Eimer. Epic Müll-Eimer. Nee, ich bin die andere Tür. Mann. Du bist scheiße. Mann. 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 Vielen Dank.